Leute, extrem wichtiges Update zu den Altcoins, sehen wir hier gerade live im Hintergrund den Ausbruch innerhalb der Marktkapitalisierung sämtlicher Altcoins und damit die Bestätigung des offiziellen Reversals der Trendumkehr, darüber werden wir detailliert im heutigen Update Video sprechen und zudem lasst uns mal über den Top Gainer des Tages sprechen, EGLD aka MultiverseX, der ebenfalls einen massiven Pump hingelegt hat, ausgelöst durch eine Kursexplosion auf einer koreanischen Börse. Alles was du dazu wissen musst, ebenfalls die nächsten interessanten Wiedereinstiegslevel und die nächsten Zielmarken hier für diesen Coin, das bekommst du an die Hand. Falls dir das heutige Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Wertung freuen, falls du komplett neu hier bist auf der Crypto Wall Street, lass gerne das kostenlose Abo da, starte jeden Tag bestens vorbereitet mit uns in den Training Tag und verpasse definitiv keine dieser wichtigen Analysen mehr. Wir verschwenden gar keine Zeit, wir legen direkt los, let's go! Und damit wieder einmal herzlich willkommen hier auf der Crypto Wall Street, dein Kanal für täglich brandaktuelle Analysen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und heute Leute wieder ein dediziertes Video zu den Altcoins, wir sehen es im Hintergrund, die Altcoins weiterhin massivst am Pumpen und mit diesem heutigen Pump stehen wir ganz ganz kurz vor dem Breakout aus diesem Abwärtstrend und damit ganz ganz kurz vor dem Reversal der Major Trendumkehr. Ja, lasst uns mit der Analyse beginnen, was sehen wir hier überhaupt erst einmal in diesem Chart? Wir sehen die Crypto Total Market Cap excluding Bitcoin and Ethereum, das heißt wir sehen die Marktkapitalisierung sämtlicher Altcoins und die Marktkapitalisierung von Bitcoin und Ethereum ist hier herausgerechnet, das heißt einfach nur die aggregierte Marktkapitalisierung sämtlicher Altcoins. Ein sehr sehr holistisches Bild. Was sehen wir hier erst einmal in dem Chart? Genau das gleiche, ähnlich wie der Bitcoin Chart, wie der Ethereum Chart. Wir sind ganz klar in diesen Bärenmarkt reingeraten und sehr sehr interessant, wo wir tatsächlich diesen Boden gebildet haben aktuell Leute. Schauen wir uns das einmal kurz an, wenn wir uns hier von oben herab ebenfalls wieder einmal ganz klar nach SK System sämtliche Ziellevel der Bären einblenden, dann sehen wir, wir haben eine bärische Sequenz aktiviert. Das ist der Fall gewesen mit dem Bruch dieses Tiefs, also mit diesem neuen Tief haben wir diese Sequenz hier ins Leben gerufen und die Ziellevel dieser Sequenz Leute, ihr seht, sind hier angegeben 320 Milliarden US-Dollar runter bis 157 Milliarden US-Dollar und der Markt in diesem Fall kommt bis zum 161 Achter und fängt hier an seine Bodenbildungsphase zu beginnen. Wir sehen das Tief, den Boden, für mich jetzt auch ganz ganz kurz vor der Bestätigung des Bodens in der Marktkapitalisierung hier bei den Altcoins am 26. Dezember 2022 in eine Region von 287 Milliarden US-Dollar. Wir sind ab Mai, Juni 2022 hier in einen Abwärtstrend hereingeraten Leute, doch dieser Abwärtstrend, der steht jetzt ganz ganz kurz vorm Bruch. Schauen wir es uns erst einmal an. Wir haben hier ein lokales Tief reingemeißelt, danach erst einmal natürlich ein tieferes Hoch im Vergleich zu dem gesehen, danach ein weiteres tieferes Tief, ein tieferes Hoch, kennzeichnet diesen Abwärtstrend, Downtrend, jetzt aber höchst interessant. Hier im Juni 2023 haben wir bereits das erste Mal, es ist noch nicht bestätigt Leute, ich gehe gleich darauf an, wann es bestätigt ist, ein höheres Tief im Vergleich zu unserem lokalen Tief. Erst einmal gesehen, dann sehen wir den nächsten Pump, wir sehen weiterhin erst einmal ein vermeintlich tieferes Hoch, aber was ihr seht Leute, die Price Action hat sich hier innerhalb dieser Konsolidierung seitwärtsphase weiter zusammengezogen und hat jetzt erst einmal diesen kleinen Downtrend nach oben hin gebrochen. Was haben wir damit jetzt ebenfalls gemacht? In den kleineren Timeframes, wenn wir hier einmal in den Daily reinspringen Leute, dann haben wir tatsächlich innerhalb dieser Konsolidierung seitwärtsphase hier erstens eine neue bullische Sequenz aktiviert, eine neue Sequenz hier in Türkis dargestellt mit Bruch dieses Hochs. Also diesem letzten Pump hier in der Total Crypto Market Cap 3 sehen wir die Sequenzaktivierung in Türkis, die uns hinbringt zu Zielleveln 445 Milliarden hoch bis 477 Milliarden und ihr seht ja ebenfalls was gerade passiert ist, wenn man einfach mal ganz stumpf die Hochs und Tiefs miteinander verbindet, sehen wir diesen Abwärtstrendkanal und wir sehen gerade den Ausbruch hier in der Wochenchart. Ist der schon bestätigt? Nein, noch nicht. Wir sehen den Wochenkerzenschluss in 10 Stunden 35 Minuten. Das wäre definitiv ein sehr sehr starker Wochenkerzenschluss hier für die Altcoins und wann das offizielle Reversal dann eingeleitet ist Leute. Wir haben hier den ersten Hinweis mit dieser bullischen Sequenz in der Tageschart. Der offizielle Reversal ist dann eingeleitet, wenn wir tatsächlich dieses Hoch herausnehmen würden, denn dann hätten wir einen ganz ganz klaren Bruch in der Marktstruktur von tieferen Tiefs und tieferen Hochs hin zu einem Tief, hoch, höheren Tief. Dieses höhere Tief ist erst bestätigt, wenn wir ein höheres Hoch im Vergleich zu dem sehen. Also müssen wir jetzt die Marke von knapp 406 Milliarden US-Dollar brechen Leute und dann meißeln wir hier sowas von eine gigantische Sequenz rein und das könnte natürlich die nächste Altcoin Rallye auslösen. Ich sage Rallye, nicht Altcoin Season Leute. Über die Altcoin Season werden wir ebenfalls in einem weiteren dedizierten Video zeitnah sprechen. Dafür beleuchten wir die Bitcoin Dominance. Von daher unbedingt dranbleiben auf diesem Kanal. Mit dem Bruch dieses Hochs würden wir in die Region vorstoßen. 488 Milliarden hoch bis 534 Milliarden und das würde eine massive Rallye hier in den Altcoins auslösen. Eine weitere Rallye, die wir gerade aktuell schon sehen. Das ist gerade erst der Startschuss Leute. Ich sehe hier weitere gigantische Kurssteigerungen, wenn wir tatsächlich diesen Breakout hier hinlegen sollten. Natürlich nicht zu vernachlässigen Leute. Eine Korrektur ist immer möglich. Eine Korrektur ist immer möglich. Dementsprechend springe ich jetzt nicht einfach in Stumpf in irgendeinen Altcoin rein und kaufe diesen. Denn der Markt hat absolut die Legitimität, auch nochmal das zu machen. Erst einmal ein Fakeout. Leute, sage ich mal, geil zu machen, anzuteasern, um noch einmal eine Korrektur einzuleiten bis zu unserem nächsten bullischen Wendebereich. Dieser liegt aktuell hier in dieser Spanne. 345 Milliarden runter bis 332 Milliarden. Doch hier sehe ich dann aller, aller spätestens wieder die Reaktion von den Altcoins in der gesamten Marktkapitalisierung, um das wir zur Wende ansetzen und dann aller, aller spätestens diesen finalen Breakout hinlegen. Das hier ist letzten Endes ein weiteres Szenario. Schöner, wünschenswerter wäre es. Natürlich machen wir das hier Leute. Das wäre gigantisch. Und damit würden wir tatsächlich dann auch dieses Hoch hier herausnehmen, wenn wir die Zielerreichung dieser Marktkapitalisierung sehen. Bevor wir jetzt gleich weitermachen mit der EGLD Multiverse X Analyse, würde es mich natürlich ebenfalls brennend interessieren, wie du aktuell die Altcoin Marktkapitalisierung siehst. Siehst du hier ebenfalls die Trendumkehr. Schreibst mir gerne einmal kurz in die Kommentare rein. Und falls du Fragen zur heutigen Analyse hast, nutzt gerne ebenfalls unsere kostenlose Telegram-Gruppe. Tritt in Interaktion mit der Community. Link findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Hast eine Community von über 2400 Mitgliedern, Krypto-Investoren, Tradern, mit denen du dich austauschen kannst und natürlich auch in Interaktion mit mir treten kannst zwischen diesen Videos. Gut, springen wir jetzt rüber in den EGLD-Chart, denn hier kam es zum massiven Pump, Leute. EGLD, Elrond, ehemalig heutzutage Multiverse X, ebenfalls eine Layer-One-Solution, ähnlich wie Solana. Auch sehr, sehr hohe Transaktionsraten möglich auf dieser Blockchain Plus, sehr, sehr geringe Gebühren. Und die hatte letzten Endes die letzten Tage noch ein wenig hinterhergehangen, hier zu anderen Altcoins, anderen Layer-One-Solutions. Auch hier stehen wir gerade davor, dieses Reversal einzuleiten, Leute. Wir haben hier ganz klar jetzt diesen Abwärtstrend nach oben hin genommen, Leute. Und wie ist das zustande gekommen? Sehr, sehr skurril tatsächlich. Wir sehen einen gigantischen Pump hier auf der Börse. Upbit ist eine südkoreanische Börse. Hier kam es tatsächlich zu einer Kurssteigerung, Leute. Binnen dieses Tages, beziehungsweise dieser einen Stunde hier, um 330%. Das hat natürlich ebenfalls jede Menge Arbitrage-Handel ausgelöst. Dementsprechend hier konntest du diesen Token kurzzeitig in weniger Minuten zu viel, viel höheren Kursen verkaufen als auf anderen Börsen. Dementsprechend haben Leute auch auf anderen Börsen eingekauft, was sich dann natürlich wieder von dem Preislevel her angleicht. Somit stehen wir jetzt aktuell bei 46,54 US-Dollar, haben im US-Dollar das Peak gesehen bei 53,5 US-Dollar. Ziemlich genau, schauen wir es uns an, im entgegengesetzten Korrekturlevel dieser Abwärtsbewegung. 61,8, 66,7, da wurde angelaufen, sind erst einmal reingestochen, kurzzeitige Rejection. Die Frage ist natürlich, wie geht es hier für diesen Coin weiter? Wir sind hier ganz klar in diesem Abwärtstrend gefangen gewesen, Leute. Auch klar gekennzeichnet, tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Das letzte markante, tiefere Tief nach dem war letzten Endes das hier. Wir haben eine schöne Bodenbildungsphase hier begonnen, knapp unter der 29 US-Dollar-Marke. Eine schöne Deviation hier ebenfalls reinbekommen. Kurzzeitig hier einmal diesen Fake-Out, diesen Bruch, diese Supports nach unten hin, sage ich mal, vorgegaukelt, um dann diese massive Entladung durchzuführen. Und hier haben wir tatsächlich schon den Trendbruch. Wir haben ganz klar von einem tieferen Tief und tieferen Hoch jetzt hier das erste Mal ein höheres Hoch reinbekommen. Und dementsprechend können wir natürlich auch spekulativ agieren mit dem nächsten Long-Einstieg hier in Elrond. Und wo liegt der, Leute, habe ich bereits eingezeichnet. Noch einmal kurz die Fibulevel eingeblendet. Der liegt aktuell in der Range. 37,85 US-Dollar runter bis 32,64 US-Dollar. Hier werde ich mich Long positionieren. Und wenn wir uns einmal kurz hier in der 1-Stunden-Chart umschauen, dann sehen wir ebenfalls etwas sehr, sehr Interessantes, dass wir hier mit diesem massiven Pump innerhalb dieser 1-Stunden-Kerze hier soweit auch eine ganz klare Imbalance reinbekommen haben. Dieser ganze Bereich, Leute, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir den früher oder später noch füllen werden. Und das liegt wunderschön in Konkurrenz mit unserem nächsten Long-Level. Dementsprechend, Long gehe ich jetzt auf keinen Fall. Short gehe ich jetzt auch noch nicht. Warum? Weil wir noch keine klaren bärischen Bestätigungen haben. Wir haben hier jetzt, sage ich mal, einen Setback, einen Rücksetzer, eine Rejection. Erst einmal nichts Wildes. Reicht mir nicht, um hier Short irgendwie zu gehen. Ich fokussiere mich auf das Long-Level. Sollten hier irgendwie nachhaltig nochmal irgendwelche bärischen Strukturen entstehen, werde ich euch natürlich updaten, was wir dann für einen Short in diesem Bereich nutzen können. Und hier erwarte ich dann wieder den nächsten U-Turn in MultiverseX. Das war es für das heutige Update. Kurz und knackig, Leute. Warum? Ich muss jetzt schon weiter nach Braunschweig. Ich komme eben aus München. Hat ein richtig geiles Community-Treffen von der Bing-X-Community. Doch jetzt geht es für mich nach Braunschweig. Die Löwen gegen Bayern München Basketballspiel sehen. Bin ich mit meinem Schwager unterwegs. Freue ich mich drauf. Von daher hoffe ich, ich konnte dir Klarheit in die Märkte reinbringen. Falls das so ist, ich mir etwas stiften konnte. Gerne den Like-Button smashen. Falls du neu hier bist, lass gerne das kostenlose Abo da. Starte jeden Tag bestens vorbereiten mit uns in den Training-Tag und verpasse definitiv keine dieser wichtigen Analysen mehr. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag noch, Leute. Morgen früh hören wir uns natürlich zum Krypto-Wochen-Ausblick. Da gibt es eine tiefgehende Bitcoin-Chart-Analyse und Ethereum-Chart-Analyse. Ich freue mich drauf. Macht es erstmal gut. Bis dahin. Ciao, ciao.